... die den vorfreichen Wirtschaftsantwort kennenlernte, als sie von einem längeren Aus... Mit wem retten Sie da einen zu Italien? Frau Keller, Ihr Telefon. Ja, den habe ich gerade versucht, dem Herr Cobafurt. Der Schrebergarten, da ist er in Rhein-Neu. Stimmt. Neben dem Friesenheim war schon was. Stimmt, aber ich habe nicht mehr Zeit. Hör, Bela. Was habe ich gedacht? Trei Möglichkeiten. Wir sehen uns nicht mehr. Mit der kleinen, am schnellstest du es. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich muss mich mit dir machen. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich liebe dich.